Wer ist eigentlich zuerst geboren? Du oder deine Schwester? Meine Schwester. Ich bin fünf Minuten später geboren. Hat deine Mutter eine Hormontherapie gemacht? Keine Ahnung. Dann wärst du nur eine Nebenwirkung. Sag das nochmal. Dann wärst du nur eine Nebenwirkung, Kai. Findest du, ich rede zu viel? Nö. Findest du mich langweilig? Keine Ahnung, du. Du weißt schon, dass du gut aussiehst. Also, eigentlich bist du insofern schon langweilig, ja? Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich musste mich beeilen, die hat eine Deadline. Außerdem steht auch eh nicht fest, ob das klappt. Augen zu. Weiter. Weiter. Stopp. Links. Jetzt nur mal die Hand vom Geländer. Weiter. Noch vier Schritte. Na was? Stopp. Dreh dich um. Das ist ein schönes Tempo. Liebt ihr euch eigentlich noch? Natürlich. Und habt ihr auch noch Geschlechtsverkehr? Es gibt zwei Zustände im Leben. Bewusstlosigkeit oder Panik. Geiler Block. Wie lange machst du den schon? Nice. Crazy shit. Lomo, bist du da? Ich will, dass das sofort löscht. Es gibt drei Millionen Blocks in Deutschland. Und wie viele von denen du kennst benutzen überhaupt Blocks? Es ist mir scheißegal, das ist mein Privatleben. Dein Privatleben interessiert aber niemanden. Warum machst du es dir immer so schwer? Zeig dir doch, wie es leicht geht. Hey, Dings. Du bist bei mir in Deutsch. Findest du, ich rede zu viel? Findest du mich langweilig? Sei vorsichtig. Ich hab gehört, sie legt sich nicht gern auf Tücken fest. Lösch das sofort. Sie hat ein kleines Kunstwerk gesehen. Ich brauch' Ihnen ja nicht zu sagen, was es für Konsequenzen haben kann. Ich glaube, Karl wollte Doro nicht verletzen, er war einfach nur verliebt. Das Verunruhigende ist ja, dass wir gar nicht wissen können, wer alles dieses Video gesehen hat. Das Beste, was jetzt passieren kann, ist, dass du so richtig auf die Schnauze fliegst. Was redest du da? Sag noch was. Von euch wäre ich nichts. Und? Was dürfen wir diesmal für dich tun? Zipp mich. Bin ich nach rechts. Hat er die Augen drin? Unser Sohn hat das Video online gestellt. Das sind die Fakten. Ich scheiße auf die Fakten! Warte aus, warte aus. Schön, warte gerade aus. Steine! Stopp, Steine! Ist doch witzig. Spielt eure gestörten Spiele ohne? Hau ab, oder ich hau dir aufs Maul. Hau ab! Karl? Lass die Scheiße! Karl, was geht mit dir ab? Checkst du nicht, wo du bist, Mann? Ja, ich darf wohl! Na, ich darf schon nicht rein. Dann bist du nicht rein. Aus! Ja, ich darf schon nicht rein. Vielen Dank.